Schau mal kurz, den habe ich hier. Soll ich den mitnehmen? Der normale ist der Beste von all denen, oder? Ja, normal, normal. Nehme ich mit. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem BVB-Kanal. Heute gibt es mal ein schönes Foot-Draft gegen die zwei Jungs hier am Start. Und zwar haben wir einmal Akanji und Moukoko am Start. Was geht ab, Jungs? Alles klar? Ja, ja. Alles gut. Perfekt. Freunde, checkt auf jeden Fall alle weiteren Links auch in der Beschreibung aus zu unserem BVB-E-Football-Kanal, Twitch, Instagram. Alles ist verlinkt. Und wir machen heute eine Foot-Draft-Challenge. Und zwar geht es darum am Ende, wer das höhere Gesamtrating hat. Also aus Chemie und aus dem Team-Rating. Ihr wisst so ein bisschen, wie das funktioniert, oder? Habe ich auch schon mal gemacht, aber jetzt nicht bei meinem... Ich nicht so. Ich bin nicht der Profi drin, ja. Ist gut, dann übernehme ich das. Mach dir keine Sorgen. Ihr könnt euch ja so ein bisschen absprechen. Also es kommt jetzt nicht nur aufs Rating an, sondern es geht auch darum, dass zum Beispiel zwei Spiele aus der Bundesliga nebeneinander stehen, damit die eine bessere Chemie haben und sowas. Oder wenn ihr eine Icon habt, eine Legende, dann hat die einen Link zu jedem Spieler. Also die würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ja, ich würde sagen, wir können rein starten. Seid ihr schon bei eurer Formation? Ja. 4-3-3. 4-3-3 offensichtlich nehmen wir. Okay, ich gucke mal, was ich nehme. Könnt ihr meins auch sehen im Hintergrund irgendwo, was ich habe? Ja, ja, ja. Ich gehe mal mit 3-4-3. Komm, ich gehe mal in eine Dreierkette. Also mit der Fensichtlich. Jetzt sind wir unser Star-Jahr safe. Ganz einfach. Wen habt ihr? Ronaldo, 97. Oha, scheiße. Ja gut, ich habe eine Ikone, ich habe Rides. Guck mal. Normalerweise fängt man, glaube ich, immer beim Torhüter an. Dann ist es einfach aufzubauen nach vorne. Hast du da deine Taktik oder was? Ja. Ich gehe mal von vorne nach hinten. Du gehst von vorne nach hinten? Ja, ja. Ja, ich meine, vorne haben wir jetzt eine Ikone. Da können wir, egal wen hinmachen, das Spiel spielt ja keine Rolle. Das ist eigentlich eine gute Vorangehensweise. Toll, ja. Uff. Casillas, let's go. Ach, Ikone schon wieder, oder was? Ja. Ja, korrekt. Ach, ich kann euch empfehlen, mehr auf Premier League zu gehen, weil da gibt es die meisten Special-Karten. Ja. Ich glaube, ich gehe eigentlich gar nicht. Von Yasuo. Ja. Der spielt aber Rechtsverteidiger bei Arsenal. Yasuo, hast du schon mal Draft gespielt oder gar nicht? Nein, nein, gar nicht. Ultimate Team auch nicht? Äh, nein, nein. Mann, was ist denn da los mit dir, ey? Manuel, der geht ja richtig ab in FIFA. Wir haben auch schon mal gegen dich gezockt einmal. Ich weiß noch, da waren wir im Bootcamp und dann warst du auf einmal online, hast du gegen Eldin gespielt. Genau, genau. Ich habe aber verloren. Ja, ja, aber hast du echt gut gespielt, ey. Spielst du sonst noch so mal von Champions ab und zu oder gar nicht mehr? Ich spiele gar kein FIFA mehr. Na, wie kommt's? Man verliert so viele Nerven bei diesem Spiel. Und so viele Controller verliert man auch. Ja, so weit bin ich nie gegangen, aber ich wurde einfach immer sauer, darum habe ich es lieber sein gelassen. Ist besser für meinen Kopf. Nehmen wir Christensen wegen Premier League. Weißt du, der gute Verbindung. Ah, wie nehme ich jetzt Rating? Ich muss mit Rating gehen, ey. Bitte komm mal auf. Der ist eigentlich gut. Seid ihr schon mit eurer Startelf durch? Nee, du bist schon durch. Ja, ja, ich habe jetzt mal die Startelf. Jetzt kommt natürlich noch die Bank. Ihr könnt am Ende auch noch natürlich einwechseln und sowas. Das dürft ihr nicht vergessen. Und ganz am Ende ist es wichtig, eure Bank zu sortieren. Also die ersten Auswechselspieler, damit ihr das bestmögliche Rating habt. Also ihr müsst versuchen, mehr auf die Chemie zu gehen, weil die ist am wichtigsten. Da ist das Rating egal am Ende. Ja, ist klar. Ich denke nur, er hat das beste Rating von all denen, weißt du. Und der spielt in Frankreich, er spielt in Frankreich, er und er spielt in Deutschland. Also wenn wir theoretisch hier einen... Bappé hoffentlich nicht. Ja, irgendwie einer, der in der französischen Liga spielt. Ein Mittelfeldspieler und ja, irgendwie sowas. Bei mir sieht es super aus. Hier komplett Premier League. Ich habe keine Sorgen mehr. Ich kann jetzt nur noch hoffen, dass gute Spieler kommen. Nehmen wir den? Dann gehen wir mal hier hin. Boah. Fand er ist ganz klar. Oh, Paketa wäre wegen... Der will in Frankreich, ne? Aber der ist auch Monster. Was für eine Liga habt ihr momentan so? Habt ihr eine fest oder verschiedene? Premier League. Premier League, okay. Bono wäre noch hier, aber ich glaube, wir müssen Paketa nehmen. Da können wir gut verbinden. Da kann ich eigentlich mit Rating gehen, Leute. Weil ich habe schon meine 100 Chemie. Dann einfach sortieren. Das Bestmögliche rausholen. Ey, guck mal. Boah, ganz klar. Schau mal kurz. Wen habe ich hier? Soll ich den mitnehmen? Ja, normale ist der Beste von all denen, oder? Ja, normal, normal. Warte mal. Okay, ich nehme dich natürlich. Komm, nehme ich mit. Ich würde das irgendwie gehen, ey. Irgendeine Verbindung, weißt du. Das ist jetzt nicht auf dem Lars Rücken. Lars Rücken gibt es zu jedem Bundesligaspieler einen grünen Link, weil das so eine spezielle Karte ist, sag ich mal. Ah, okay, okay, okay. Aber nur aus der Bundesliga. Sonst nicht. Das ist das Problem. Wir haben kein... Da vorne wäre ganz wichtig, ja. Eigentlich spielt das keine Rolle, wenn wir das beste Rating hier, weil keiner hat eine Verbindung zu irgendjemandem. Dann siehst du, es ist alt und alle rot. Ah, doch, der, Talisca, wegen Brasilianer. Ja. Muss ich mich nehmen, sowieso der Beste, ist perfekt. Dann, ähm, jetzt kommen. Flügelspieler, die in Frankreich spielt, die Maria oder so. Oh, Leo Messi, der Goat. Ja, der ist gut fürs Rating. Äh, auch für Chemie. Ah, okay. Aber habt ihr dann auch ein bisschen so französische Liga, oder was? Ja, wir mussten, wir mussten, ja. Boah, das ist gar nicht... Ja, pass. Aber irgendwie, guck. Guck mal wegen Chemie. Jetzt sind wir auf 90. Und jetzt? Du denkst dann, der Trainer gibt auch nochmal Chemie, ne? Also stellt das mal so um. So sind wir auf 100. Und dann der Trainer. Ich will der Mani. So sind wir auf 100 und so werden wir auf 95. Das ist halt nicht optimal. Mani ist aber auch gut. Ja, ich glaube, wir müssen Mani nehmen. Der ist danach der Beste. Also, Sadio. Jetzt kommt. Boah, ich glaube gar nicht. Du musst mir einfach den Besten nehmen, wegen der, dass das Rating oben bleibt. Wäre gut, wenn wir noch einen Innenverteidiger spielen, der in Frankreich spielt oder so. Flau Bucuini. Ah, der ist gar nicht in. Nein. Ich bin eigentlich so gut, es geht durch, ey. Ich glaube, wir müssen den Nebenweg, dass das Rating oben bleibt. Aber wir brauchen einen, der... Ja. Entweder Premier League oder in Frankreich spielt. Warum spielt er ja nicht in Frankreich, ja? Minus 7. Vielleicht müssen wir nachher wieder wechseln legen. Ja. Das war grün vorhin. Jetzt haben wir wieder N'Golo. De Jong ist aber auch gut, ne? N'Golo kann Tee. Ich glaube, es wäre gut, wenn wir ihn nehmen. Dann könnten wir ihn hierhin machen, weil die haben eine grüne Verbindung, weißt du? Wegen Chelsea. Das stimmt. Aber was ist noch Werder mit Kevin De Bruyne? Er muss auf die Bank. Guck jetzt. Jetzt sind wir wieder auf 100. Wir müssen jetzt nur gucken, dass das Rating oben bleibt, oder sonst finden wir gleich noch den Innenverteidiger. Ja, wichtig ist, dass ihr die Chemie vollkriegt, ne? Die ist wichtig. Ja. Am besten irgendwie eine Icon oder so, wenn ihr noch nehmt. Nehmen wir, oder? Das Beste. Oh, Koulibaly. Der ist gut. Ist dann da, dass ich von Sende kommt. Nein, nein. Ranges. Ich würde Koulibaly nehmen. Ja, schon, oder? Ist der Beste hier. Torita nochmal. Wie viele Icons habt ihr bisher? Zwei. Zwei? Ja, vielleicht kommt noch eine dritte. Ich habe nur eine bekommen, ey. Haha, ist geil. Der wäre gut, aber Deja ist besser wie Tomiasu, weißt du. Das stimmt. Ja, 10-Nehme-Verteidiger, ne? Wir sind fast fertig. Der Trainer kann am Ende auch nochmal ein bisschen retten für drei, vier Chemie-Punkte. Also wenn Chemie schon auf 100 ist, macht es keinen Unterschied. Ja, dann ist egal mit dem Trainer. Der kann die nicht wieder wegnehmen. Dann machen wir den einfach wegen Rating. Ja, ja. Also die ersten sieben Spieler müsst ihr am besten sortieren auf eurer Bank, nach Rating. Mhm. Die Reserve ist egal rechts. Das ist der Beste. Aber natürlich die besten Spieler versuchen in die Startelf einzubauen, weil die bringen am meisten. Ja, ja, klar. Boah, ho, ho, ho. Ach, Sarvi ist der Beste. Dann müssen wir noch gucken. Ähm, Korea ist besser wie Sinchenko. Neymar. Ach so, der ist schon drin. Neymar ist drin. Ja. Gut. Jetzt noch ein Trainer. Pep Guardiola. Werner-Teller? Ich glaube, es ist genau gleich. Hast du auch Bewertung 89? Ja. Wir auch. Nein. Als ob. Ich. Ja. Also habt ihr auch 189er-Draft, oder was? Ja. Alter, habt ihr das denn noch geschafft? Ja. Tja. Erfahrung, weißt du? Hey, ich würde sagen, komm, wir machen mal ein Pack auf, oder? Als Entscheidung. Wer das höhere Rating zieht, der hat gewonnen. Ah, das ist gut. Komm. Kannst du aber schön die Münzen von dem Account da verballern. Ja. Ich nehme das teuerste. Sollen wir um 50 oder 100 K-Pack einfach öffnen? Ja, warum nicht? Was sagst du? 100 K-Pack? Ah, das ist gut. Sag bescheid, wenn du ready bist. Ich bin ready. Okay, 3, 2, 1, go. Go. So, mal gucken, was wir hier kriegen. Auf einmal ziehst du eine Icon. Oh, Info am Walkout. Ich auch. Wer ist das? 84er ohne Walkout. Was hast du? Noble, 89. Wen hast du? Noble, 89. Ja, okay, gut. Ja, dann habt ihr gewonnen, Jungs. Scheinvoll. Ja, Freunde, das war es auf jeden Fall an der Stelle von unserem Footdraft Battle. Einfach unentschieden ausgegangen und mit dem Pack haben die Jungs gewonnen. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Jungs, was sagt ihr? Seid ihr zufrieden? Ja, sehr zufrieden. Wir haben gewonnen. Sind wir gut für das Selbstvertrauen. Nächstes Mal müssen wir das Gameplay-technisch nochmal regeln. Alles klar, Freunde. Lasst einen Daumen nach oben da. Checkt alles in der Beschreibung aus. Und die Jungs haben nochmal die abschließenden Worte fürs Video. Ich bin raus. Danke fürs dabei sein. Hat Spaß gemacht und bis bald mal wieder. Bis bald, danke. Ciao, ciao.